Hormonelle Verhütung Verhütung ist in vielen Partnerschaften Frauensache. Schließlich ist die Pille das beliebteste Verhütungsmittel. Männer sollten sich dabei aber nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen. Denn immer wieder kommt es vor, dass Frauen die Einnahme vergessen. Es lässt sich kaum vermeiden, irgendwann passiert es eben doch und man vergisst, die Pille einzunehmen. Hauptgründe dafür sind Stress, keine festen Einnahmezeiten, unerwartete Ereignisse sowie ein unregelmäßiger Lebenserhütmus. So überrascht es kaum, dass etwa jede dritte Schwangerschaft nicht geplant ist. Oft sind Verhütungsfehler schuld. Pille und Kondom sind in Deutschland die häufigsten Verhütungsmethoden und deshalb passieren mit ihnen auch die meisten Pannen. Eine französische Studie zeigt, jede fünfte von 3000 befragten Frauen, die ungewollt schwanger wurden, hatte mit der Pille verhütet. Wird die Pille einmal vergessen, kommt es zu einem starken Hormonabfall, der den Eisprung auslösen kann. Der Zyklus wird heftig durcheinander gebracht, das Risiko einer Schwangerschaft ist erhöht. Das kann ebenfalls bei Krankheiten mit Durchfall oder Erbrechen sowie durch die Annahme zusätzlicher Medikamente passieren. In diesen Fällen hilft nur die zusätzliche Verhütung mit Kondomen. Wer die Pille regelmäßig vergisst, hat Alternativen. Spirale, Verhütungsstäbchen oder Vaginalring sind Methoden, bei denen kein Vergessen möglich ist. Auch das Verhütungspflaster kommt für Frauen in Frage, die häufiger die Pille vergessen. Vaginalring und Verhütungspflaster basieren auf einem ähnlichen Prinzip wie die Pille, sie enthalten Östrogen und Gistagen, die gleichmäßig an den Körper abgegeben werden. Zudem gibt es mit dem Diaphragma, der Portierkappe und dem Frauenkondom Alternativen, die ganz ohne Hormone auskommen. Und mit der Temperaturmethode oder der Kalendermethode gibt es auch ganz natürliche Wege zur Verhütung. Für den ungünstigen Fall, dass Sie die Pille vergessen haben, es aber dennoch zum Geschlechtsverkehr kam, gibt es nur eine verlässliche Methode, um sicher zu gehen, dass es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, die Pille danach. Sie kann je nach Präparat innerhalb von 72 Stunden, drei Tage, oder innerhalb von bis zu 120 Stunden, fünf Tage, eingenommen werden. Jedoch empfehlen Experten, sie am besten innerhalb von zwölf Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr einzunehmen. Sie verhindert den Eisprung. Es gibt die Pille danach rezeptfrei in der Apotheke. Sie kostet je nach Hersteller zwischen rund 15 und 30 Euro. Frauen unter 18 Jahre können sie kostenlos bekommen, wenn der Arzt die Pille verschrieben hat. Frauen bis 20 müssen 5 Euro Rezeptgebühr bezahlen. Wenn es immer wieder vorkommt, dass die Pille vergessen wird oder es zu größeren zeitlichen Schwankungen der Einnahme kommt, dann ist das für den Körper eine unnötige Belastung. Zudem muss immer zusätzlich auf andere nicht hormonelle Art verhütet werden, etwa mit einem Kondom. Insofern liegt die Überlegung nahe, zu einer neuen Verhütungsmethode zu wechseln. Hilfreich ist es, dafür zu wissen, welcher Verhütungstyp Sie sind. Liebe Leserinnen und Leser Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns beim nächsten Mal.